Ein Outfit im Mustermix. Lass mich mal wissen, ist es deins? Ich glaube schon, denn wir haben das ja schon öfter gefragt und ich kriege dann immer so Rückmeldungen, die so ein bisschen auch das bestätigen, was ich immer denke. Ein Outfit im Mustermix zusammenzustellen, wo wirklich so wie hier Blumen mit Karo oder ja ein kleines Karo-Muster zusammentreffen, ist ja manchmal so ein bisschen gewagt, aber in dem Fall, wenn man die Farben richtig aufgreift, kann man das wirklich ganz problemlos machen, dann passt es perfekt. Und genau das zeigen wir dir heute hier, halt eben ein Outfit, wo die beiden Oberteile tatsächlich ein wenig im Mustermix zueinander stehen. Ich beginne wieder bei der Hose, weil wir das ja einfach immer machen und man wechselt ja nicht. Wir haben jetzt hier den Two-Way-Stretch-Wool-Touch in Schwarz auf die Puppe gebracht, weil wir natürlich jetzt von der ganzen Farbharmonie dann doch ein bisschen ins Gedecktere wollten. Da gibt es gar nicht so ganz viel zu sagen, der Stoff ist wirklich super schön, fällt schön locker, ist ein bisschen griffiger und passt gut zu dieser Jahreszeit, Herbst, die ja dann irgendwann jetzt kommt. Passt auch gut in den Winter, weil so richtig frieren müssen wir ja meistens nicht. Also da könntest du sehr, sehr schön eine lästige Hose rausnähen. Ich habe wieder zwei mitgebracht, die Hose Medea von Schnittmuster Berlin oder die Hose Anke von Schnittmuster Berlin. Die unterscheiden sich ein wenig in der Form, als dass Medea wirklich Po-Taschen hat und einen Schlitz und Seitentaschen. Die Anke hat keine Taschen. Sie schließt oder sie wird in der Seitennaht geschlossen und ist insgesamt so ein bisschen weiter. Anke trage ich heute, da siehst du halt eben, es ist wirklich eine richtig weite Marlene-Hose, die ich jetzt natürlich sommerlich gestylt trage, aber das könnte man natürlich auch für den Herbst-Winter aus einem schwarzen Stoffgut nehmen. Jetzt kommen wir zum Mustermix, den ich ja eingangs schon erwähnt habe. Und zwar ist das Shirt hier, da haben wir jetzt wieder mal den Messstoff genommen. Den hatten wir dir gestern schon in einer anderen Farbkombination gezeigt. Heute sind wir hier schön in Rosatönen unterwegs. Und ja, da kannst du natürlich auch wieder das Shirt rausnehmen, was wir dir gestern gezeigt haben. Aber es geht auch was anderes. Und zwar könnte man genauso gut von Kiba Du das Malotti-Shirt nehmen. Das obere Shirt, das etwas lässigere, weitergeschnittene aus diesem Messstoff und darunter einfach ein schwarzes Top anziehen. Also auch das wäre natürlich eine ganz, ganz coole Kombination für diesen Stoff. Würde dann schön lässig fallen und wäre halt eben, ja auf jeden Fall eine Variante zu einer klassischen Bluse. Also das ist natürlich schon durch den Stoff ein bisschen schicker, aber trotzdem halt alles sehr lässig vom Style her und wäre eine ganz, ganz gute Alternative. Und dann haben wir jetzt dazu kombiniert hier einen Jacca-Stoff, diesen hier, in diesem schönen rosa-schwarz gemustert. Und da zeige ich dir jetzt auch einmal, wie der Stoff sich denn überhaupt so verhält, damit du eine Vorstellung davon hast. Der ist also schon so ein bisschen, ein bisschen griffiger, aber nicht zu dick. Er dehnt sich ganz gut in die eine Richtung. Und da kannst du natürlich dann auch sehr, sehr schön einen sommerlichen Mantel rausnähen oder einen Übergangsmantel. Und da habe ich auch ein Schnittmuster mitgebracht, nämlich den Mantel Eboni von Schnittmuster Berlin. Das ist ein ganz gerade geschnittener Mantel und gerade finde ich gerade bei diesem geradlinigen Muster ganz gut, weil dann kannst du das wirklich komplett eben wieder aufnehmen. Er hat aufgesetzte Taschen, durch die Abnäher ist er aber trotzdem ein wenig auf Figur gebracht und oben halt entsprechend den Rundhalsausschnitt. Also das wäre mein Vorschlag für diesen Stoff, ließe sich sicherlich sehr, sehr gut daraus nähen. Ja, und dann ist das natürlich ein ganz, ganz tolles Outfit, was durchaus ein bisschen schicker ist, bürotauglich ist. Und weil die Frage ja jetzt bestimmt kommt, welcher Farbtyp soll das Ganze anziehen? Dieses ganze rosa-gräuliche ist natürlich wirklich super für Sommertypen geeignet. Und da, das wäre jetzt auch meine Empfehlung dazu. Ja, ich hoffe, es gefällt dir heute wieder und du kannst da vielleicht irgendwas für dich umsetzen, egal ob Teile oder komplett. Das freut uns natürlich immer besonders und wir werden nochmal weitergucken, was wir mit Mustermix denn noch so hinkriegen werden. Dir jetzt an dieser Stelle einen schönen Tag.